Hallo und herzlich willkommen zu einer klitzekleinen Runde Evolve Beta. Ähm, ui, ich darf aussehen, was ich spiele. Ich spiele, ich spiele, äh... Das hat automatisch angefangen. Ähm... Ich meine mit der Aufnahme, weil, äh, so... Ja, wir hören, wir hören, äh, einmal den Werten Herrn Kahn im Hintergrund. Das kann nicht sein. Dann haben wir noch den Evolorino, den Zenkri und den Metrax. Und, ähm, Zenkri ist Monster. Ja. Ach, trost dich wieder. Nein, du hast nicht gewartet, was du machen willst. Und auf einmal war es ganz zu spät. Okay. Ähm, haben wir das da? Aus dich wieder, ey. Oh nein, mein Goliath, wie unerwartet. Äh, äh, äh. Äh, äh. Wann, was ist, Lox ist jetzt nochmal? Ich bin Hank. Ah, das war der. Das war der. Das war der Support. Ah, ja, stimmt genau. Nutze den Schildprojektor, um einen Jäger zu schützen und sämtlichen Schaden von ihm abzuhalten. Ah. Das stimmt, der kriegt ja von dem noch die Tutorial. Oh Gott. Ach, das hängt aus. Ach, das hängt aus. Okay. Nutze den Laserschneider im Kampf, um schweren Schaden zu verursachen. Okay, Fokus, dich jetzt. Niemanden, du lässt dich einfach töten. Fokus, die in der am besten zu uns. Ich hab einen Treffer drauf. Ich hab einen Treffer drauf. Nee, ich hätte jetzt gerade einen Fokus, der macht am meisten Damage. Ja, aber das wird vom Nerv ist... Welch, Schätzchen? Was machst du mit deinem Anteil, wenn du überlebst? Ja, mal gucken, bis zum Winklopf. Immer noch. Naja, ich sollte mich eigentlich wieder bei Ganymede melden, aber ich will die Sache weiterverfolgen. Herausfinden, woher diese Monster kommen. Merkst du auch, dass alle immer so reden, als würden wir nicht überleben? Gib mir leid, ich hab keine Zeit. Ach, ja, merk ich. Glaubst du, wir schaffen es? Der Füsche-Gespräch macht alles. Ich glaube, zweifel. Ich glaube, die meisten von uns haben. Bitte, lassen Sie eine Nachricht oder versuchen Sie es im nächsten Leben noch einmal. Ist das denn drüben schon gewesen? Ja. Hinterher! Das kannst du laut sagen. Rein. Warte, verlaufen wir da. Ist die jetzt mit Helmet oder was? Ja. Natürlich. Äh, wo muss man lagen? Warte mal, die Spulspulen zeigen in die Richtung. Hä? Ja. Das Gebiet wird überwacht. Du musst doch bei mir in der Nähe sein, ich höre die Spulspulen. Ja. Ich seh ihn. Ja, ich auch. Der ist auch fast schon gefissen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Schön, dass du mich gesehen hast. Aber ich bin schon wieder weg. Ich harter die Spulspulen jeden Tag, so Tom Schimmel zurück deswegen erwischt sein. Das ist ja normal. Der ist auch in Ordnung! Das ist sowieso Shooting Balunt. Guck. Das ist normal. Erste Hinsen, das ist nicht möglich! Nice! Schild hat wenig Energie! Mein Schild ist weg! Warte mal, der rennt doch weg! Der rennt doch da oben lang! Oh Gott! Oh, ich geh nach dem Kersen! Vorsicht, dass du nicht wieder gerät bist! Genau! Du weißt genau, dass es nicht stimmt! Ach, kann eine Weile durchhalten! Hallo, Kuffis! Ja, war gleich hier! Das Ding hat einen Centrum! Äh, lag seine Versand ist da nicht mehr! Äh, lag seine Versand ist da nicht mehr! Ja! Oh, oh! Das ist schnell schnell! Oh, die fliegen jetzt schnell! Ja! Warte mal, der läuft doch da hinten! Ja! Da hinten, das auch nicht mal raus! Ah, fuck! Geh! Weg! Ich hab gefundet! Äh, ich... Ah, shit! Ich bin verwandelt! Wo ist unser Medic? Okay, wir kissen! Ja! 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 Ich war ganz klar! Sorry, Charles! Äh... Okay! Nehmen Sie da die Medi-Pistole! Medi-Pistole! Was ist denn? Er ist auf... Ja! Ja! Oh, eine! Nötig! Mann! Wie ist das heißt Kröte? Ich bin da, aber mach weiter! Grabe Kröte? Liebe Kröte! Lauf! Oh mein Gott sei Dank, Schild. Lass dich um deine Weile halten! Oh mein Schild ist weg! Schild ist fast weg! Alter, wie viel steht das? Wir sind hier sofort! Uh, der ist schön. Garten zu mir in die Richtung. Ist er jetzt hin, der Sack? Da hinten? Hier ist ein Bass. Äh... was? Was? Genau. Sehr! Bleib auch ein paar Schildkarten. Genau jetzt. Warte noch von Schwerpunkt. Scheiße, da ist das Ding! Okay, wir haben jetzt... Da ist es! Oh, nein! Was geht denn her? Schild hat wenig Energie! Wir sind wieder verbundbar! Jedenfalls ist das Schild auf Leid! Ja, das folgt ihr denn auch! Wir antworten! Oben, der kann ja noch sein, wenn man es da war. Das ist nicht... Ich hab halt rumgezupft, ich hab' nicht so gesehen! Ja! Sensor platziert! Sind gefahren! Wo ist er hin, der Sack? Danke für den Dach, Zenkri! Ente! Da hinten! Da! Ja! Der Sensor schwingt aus! Ja, das sitzt auf! Steckt in der Halle bei der Untergabe. Nein! Kann doch nur... Wir legen so ein kleines Ding und hier. Aber da waren wir nicht vorbeigelaufen. Der Sensor hat das Ding entdecken! Doch! Hey! Der Sensor hat nie... Oh! Der Sensor hat nie... Und selber dann! Geil! Ja, hallo! Ja, wir haben ein Signal! Das hab ich gesehen! Hat er also überhaupt im Kreis zu werden. Das erschreckt! Aua! 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 cuộc combat. Aua! Aua! I'm the care! feels more that way! Was gelernt when we got to do that, como... DR8... Da hatte ich schon groß, dass er zu nehmen ist. Ich weiß nicht, seitdem Noah gestern extrem überheblich war, mit ein bisschen mehr Ehrgeiz. Komm du nur her! Ziemlich kräftige Stickbomben sind da! Oh, ist er da nicht ab. Der Schild geht weit raus! Ja, jetzt hat es mich anscheinend zerlegt. Ich sehe nichts, ich klicke in den Fisch. Du magst gar nichts. Ich wusste es nicht. Schild, das wenig Energie! Verschillst du mir hier, Mann! So. Wir brauchen Hilfe! Toll. Dann kommt zu uns. Ich muss weg! Hilfe! Hilfe! Jetzt! So, sofort! Au! So, drei. Drei. Ist der Schild gegen noch reingeschoben? Ja. Däm! Fuck, ich brauch Hilfe! Warum ist der denn nicht? Ich kann selber! Hey, hol mich hoch, verdammt! Fölser! 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 Jo! Das Ding hat einen Sensor ausgelöst! Achtung, Fölser! Fölser! Das Monster ist hier! Äh, ich fliege immer noch hier oder ich lag hier. Fölser! Fölser! Das Ding hat einen Sensor ausgelöst! Fölser! Auf, dann! Hilfe! Ich bin doch verletzt! Keiner! Ihr braucht mich! Fölser! Ziemlich heftige Stichwoppen sind das! Gleichgeschäft! Granaten! Ja, du meinst, ich soll nicht wiederbeleben? Ich bin doch verletzt! Ihr braucht mich! Ja! Das sieht übel aus! Das ist ja das Problem! Passt! Er nimmt sich noch ein Stich! Das wird eine liebe Kiste! War ganz knapp! Wieso, Karl? Du solltest jetzt so ein bisschen überleben, ne? Was soll? Was, der Trapper ist schon wieder dead? Ja, pscht! Oh, oh! Dammit! Ich glaub, das hat zehn geblieben! Ja! Genug tun! Was ist denn? Was ist denn? Ja, aber da haben wir uns doch ganz ehrlich richtig dienlich angestellt! Ja, das ist richtig! Ja! Was ist denn unter dir dafür? Rolf, pass auf, Karben, da! Ja, ja, ich hab's gesehen! Ich will ja nicht blicken! Lauf, Forrest! Lauf! Hi! Das ist echt nicht auf! Wunder! 24 Sekunden! Boah! Er ballert halt einfach drauf! Danke! Oh, sonst werde ich jetzt nicht drauf! Nein, 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 nein! 8 Sekunden! Halt nur 8 Sekunden, geil! Fuck, hab ich nicht! Ich hatte kein Jetpack Power mehr! 20 Sekunden, Leo, da bist du voll! Weiby sind wieder da! Hä? Nein? Ach doch nicht! So ein Bug bekommt doch zurück! War es gestern nicht auch schon? Ne, da... Alter! Alter! Ey! Die Flammenwerfer abgeschlossen! Ey, ich hab mit dem Orbitalschlag getroffen! Ja, ja, du hast recht gut sogar getroffen! Der war stark! Das hat mich grad schon niedergemacht! Das kann ich nochmal! Nee, das kannst du nochmal! Geht besser! Gut, dann haben wir das alles jetzt so in 15 Minuten! Das ist richtig sehr in Folge! Na gut, dann würde ich sagen, das ist jetzt eine Folge! Und wir sehen uns dann bei der nächsten! Genau! Bis dann! Tschüss! Tschüss!